Alter, wo ist denn Arn und Leon? Ah, geil! Mission, annehmen! Also, ziehen müssen auf, dieses darf. Okay. Los geht's. Easy! Das ist nicht schwer. Ja, aber oh, voll. Ja. Junge! Soll ich hier mit deiner Hand hochkommen? So. Lieber Leiser. Leon, warte auf mich. Mit deiner Hand, Leute. Ja? Ja. Krasser Typ. Ey, der Platz ist mir geil. 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 Koppiere. Wie gehen jetzt? Auf. Warum? Hinter mir, ja? Ist die Tür hinter mir? Ist offen. Oh, wie geht die Tür hin? Die ist auch gekraut. Wie ist? Ah, nein, nimm doch meine Cam, okay? Oh, ding, die Cam. Pass auf. Oh, du pass auf. Oh, die sah geil aus. Ja, Mann. Krasser Tempel. Spott, Alter. Ja, der ist ein bisschen höher. Das ist auch so zerspürt. Höher? Okay. Ja, aufpassen. Alter, hier seid ihr hingerannt. Ihr seid aber krass. Oh, mein Gott. Ihr wollt da hin? Das ist aber schon hoch. Ach, was? Ja, oh. Komm, das schaffst du, Arne. Oh, ho, 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 ho. Alter, ist Licht an, ja. Und Kamera, Alter. Kamera. Ich schaff schon gerade, Alter. Ey, warte, ich schaff schon. Ich schaff schon. Ich schaff schon, ich schaff schon. Nein. Ah, ich hab gegen die Wand gehauen. Nein, du bist eigentlich gespreußert und musst scharfen. Ja, aber ich mach irgendwie nur einen Tap. Oh, fuh, das verkehrt. Fühlst du? Ja. Affen Style. Hast du gerade überhaupt ein Bild? Ja. Ja. Nein, mach zu sehen, alles. 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 Ich gehe falsch. Und an, was du nur willst, ja. Oh, mein Leider. Oh. Und wie, runter? Einfach runterhängen. Schau. Oh. Intensiv. Ey, was steht hier so rum? Nein, ich mein, äh, das ist ja noch leicht. Ui, B**** ist kaputt. Was ist passiert? Das Ding. Was ist passiert? Zu viel Zitik gedroppt. Was ist passiert? Hab ich dann angestützt, Alter. Wo, was? Und jetzt kann ich nicht mehr rumgeboren, Alter. Was ist denn Alarm? Das hier? Nein, der hat die Lampe gebrochen. Der hat die Lampe gebrochen. Von wo bist du gedroppt? Von da? Ja. Stell vor, du wärst da draufgefallen. Es geht vor allem auf die Eier, Alter. Eier, hab ich doch gesagt. Runterhängen. Ja, anders geht. Wenn du eine Rote hängst, dann geht's. What the fuck? Wenn du eine Rote hängst, geht's anders. Du drückst dann noch ein bisschen an den Eiern, also selber vorbereitet. Ja, erst erst noch die Wiese. Ja, genau. Geht doch, ne? Ah, ja, ich hab mein Herz gehört. Mein Herz gehört. Jetzt Daniel. Oh, das ist ja immer noch tief. Es geht, es geht. Ach so, das ist ja easy. Es geht wohl noch tief. Sie kommen nicht so rüber. Ah. Eingeknickt. Hey, Leute. Mädel, Leute. Oh mein Gott, was ist das? What the fuck? Das ist ein Teich. Das ist ein Teich. Okay. Okay. Was ist das hier? Was ist das hier? Hey, du Scheiße. Das hat eine Bewölbung. Nimm die Kamera, Leon. Und das Licht. Bitte, 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 bitte. Ja, du gehörst. Oh, Scheiße. Das ist so stark. Das ist wie ein Gefängnis. Das ist so stark. Lol. Das ist eine Katze. Garfield. Hey. Hey. Lol, wie nah. Und die ist hier auf dem Dach. Krass. Hey. Garfield. Schau, Leute. Ach da. Ah, Alter. Ich bin hier auf dem Dach. Ihr seid schon runtergegangen? Ich glaube runter. Halt da. Halt da. Okay. Ich komme gleich runter. Was ist da? Da ist ein Ball. Oh mein Gott, da ist ein Ball. Was macht ein Ball da? Scheiße. Fuck. Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott. Ich will nicht alle sein. Was war das? Leute. Ah, wir fangen mein Handy auf. Okay, ich lasse die Kamera jetzt da fallen. Scheiße, du Alter. Hoffentlich überlebt sie. Ey, wenn ich daneben werfe. Nein. Hier guckst du fast. Ich habe sie auf Aufnahme. Oh mein Gott. Das ist nicht. Ich glaube, das ist nicht groß. Fuck, Alter. Ich habe meine Finger in die Zacken gehalten. Hat es ein bisschen gedrückt. Fertig. Komm, du bist mal runter. So ist... Okay. Wir haben was Cooles gefunden. Zwei, drei, zwei... Jungs, das war so knapp. Was ist das für ein Teil? Okay. Er ist weg, ich will auch mehr. Damn. Oh, ich finde es. Oh, Mann. Warte, wo? Ah ja, doch. Zeig es. Ja, wow. Nein, du musst mitgehen, mitgehen, mitgehen. Ja, ja. Hey, komm, Leon. Ach so, ihr dreht, okay. Alter, es fängt mich eh zum Kotzen, ich mach das nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, genau. Ja. Ja, du musst denken. Ach, du shit, Alter. Scheiße, du. Ich fängst mir gerade aus. Okay, ich will auch versuchen. Handy, stop. Leute, ich muss mein Handy auch da. Mann, ey. Er sagt, er sagt, er sagt. Ey, mach richtig schnell, er soll betrunken sein. Er soll betrunken sein, er soll betrunken sein. Er soll betrunken sein. Oh, mein Gott. Oh, scheiße, mein Mist. Ah, ha, ha, ha. Was soll, ey? Komm, er soll betrunken werden, er soll betrunken werden. Stop. Okay, hör auf, hör auf, hör auf. Stop, stop. Beine zusammen, Beine zusammen, mach dich wieder klein. Mach dich klein, mach dich klein. Mach dich klein. Zieh dich ran. Zieh dich ran. Dann wird schneller. Ich muss kotzen. Ja, zieh dich ran. Ich muss kotzen. Ich muss kotzen. Jetzt lauf, ich lauf. Ich mach. Wow. Das ist so ekelhaft. Und man hat so ein Widerauern. Oh nein, ich muss kotzen. Okay, du hast Stein drauf. Oh, Javi. Warte, warte, warte. Jawohl. Ich kann auch näher machen. Au. Ach, du hast ein Dreieck. Oh, Alter. Jetzt so. Oh, Alter. Oh, warte, warte. Warte, warte, warte. Mach es mal nachher. Nee, lass es mal. Nein, ich wollte es so anziehen. Nein, nein, wirklich. Ich wollte es mal. Ich wollte es. Ich wollte es. Ah, anziehen. Ja. Ja. Ist das die Zentrifugalkraft? Ja. Okay. Nein. Doch. Ja. Nee, warte mal. Doch. Ja, ja, ja. Glaube ich. Ja. Ah, doch ist es. Ich möchte es so weit aus der Fenster lehnen. Oh mein Gott. Ich lau. Ich lau. Junge. Zusammendrücken. Zusammendrücken. Zieh dich dran. Ich versuche ich dann. Zieh. Ah. Nein. Gott, nein. Ich brauche es auch kotzen. Alter. So, Leute. Das war es fürs Video. Wir gehen jetzt nach Hause. Die kommen näher, Alter. Da war ja eine Katze auf dem Dach. Und guckt euch an. Sie ist auch immer hier. Wir laufen nach Kostka. Sie ist einfach immer hoch. Hier. Wahrscheinlich hat die Hunger. Die verfolgt uns. Skrr, skrr, skrr. Und ja, und das war es noch fürs Video. Liken, bewerten. Ach, das ist dasselbe. Kommentieren nicht vergessen. Und ciao. Junge. 4 Kilometer und die Katze folgt uns immer noch. Und die tut so, als ob die uns nicht folgt, obwohl wir hier sind. Und so. Ja, wie ist die Katze? Das ist verdammt gruselig. Ey, Leute. Die verfolgt uns schon die ganze Zeit andauernd irgendwo aus der Ecke rausgesprungen. Ist das von Petterweil? Wir sind schon im Klappenheim. Wir sind schon im Klappenheim. Ey, warte mal. Das sind ungefähr 4 Kilometer. Ja, ja. What the fuck. Und die roten Petterweil, aber die ist einfach hier. What the fuck.